Hallo, ich habe schon länger nichts von mir hören lassen, was auch an den Umständen liegt, wie ihr schon mitbekommen habt. Allerdings habe ich jetzt die 100 Abonnenten überschritten und möchte da ein wenig, ja, mal Danke sagen und dachte, dass ich zur Feier des Tages einfach mal ein paar Kommentare beantworte. Das mache ich jetzt ohne großes Skript, sondern eher so aus der Hüfte mal einfach darauf antworten. M.Sandra hat gefragt, gibt es noch andere Betroffene, die es nicht zulassen können, glücklich zu sein? Ein wenig kenne ich das von mir selber. Es gibt Phasen, da fühle ich mich wirklich glücklich, aber dann vermute ich hinter jeder Ecke wieder, dass irgendwie das Schicksal kommt und mir voll einen in die Fresse haut. Ich betrachte auch Sachen immer sehr kritisch, das bedeutet, ich sehe nie nur, oh, ist ein geiles Teil, sondern ich sehe dann die Schwachstellen und die Negativpunkte und wäge gut und schlecht ab und keine Ahnung und deswegen wird mir auch oft unterstellt, ich wäre ein Schwarzmaler und würde allen die Sachen schlecht reden, aber ich kann einfach nicht nur irgendwie sagen, oh, das ist alles nur super, wenn ich da wirklich so ein paar Aspekte sehe, die nicht gut sind. Heft umschrieb, dass er durch einige Ereignisse ein geringes Selbstvertrauen hat und sich dann in sozialen Gruppen eine Pseudo-Identität angeschafft hat, die er dann quasi verkörpert und deswegen alles sehr oberflächig ist. Und ich muss sagen, das kenne ich von mir selber, ich habe mir inzwischen so eine äußerliche Fassade aufgebaut, wie ich mich dann unter anderen Menschen verhalte, auch gerade, weil es für mich so schwer ist, mich irgendwie in so sozialen Strukturen zurechtzufinden, aber das spiegelt überhaupt gar nicht wieder, wie ich wirklich bin. Während ich nach außen hin in Gruppen mit fremden Menschen eher so der Witze erzählende, lachende Typ bin, bin ich privat eher schlecht gelaunt, meistens etwas niedergeschlagen und eher depressiv zum Teil auch. Also ja, ich kenne das wirklich und ich habe nach außen hin auch so eine Öffentlichkeitspersönlichkeit. Festival Dedicted hat gesagt, er würde gerne jemanden mit ADHS kennenlernen, mit den gleichen Interessen, während beide gleichzeitig in den Hyperfokus zum selben Thema fallen. Und ich muss sagen, dass ich mir das gar nicht so geil vorstelle. Mal angenommen, ich nehme mir ein Projekt vor, wie eine App programmieren oder allgemein ein Programm programmieren und dürfte mir einen Partner aussuchen, dann würde ich persönlich mir eher den Normalo nehmen, der nicht ganz so durchgeknallte Denkmuster hat, etwas strukturierter denkt, mich vielleicht daran hindert, mich in Einzelheiten zu verrennen und die ganze Sache irgendwie mit etwas Struktur zusammenhält. Ich glaube, das würde eine viel bessere Synergie sein, als wenn ich noch so einen durchgeknallten Quatschkopf wie mich selber an der Backe hätte. Krasus88 hat mir einige Fragen gestellt mit Medikamenten, wie lange ich die einnehme, dosiert habe, wie ich eingestellt wurde, was sowohl jetzt Elvanse als auch Milner Zipran angeht. Und ich möchte das jetzt nicht alles vorlesen, weil das einfach eine riesige Textwand ist. Aber das Problem ist, dass sich mein Psychiater nicht sonderlich gut mit Elvanse auskennt. Der hat einfach gesagt, so, du nimmst zurzeit zweimal 30 Medikinet, dann nimmst du jetzt einfach einmal 60 Elvanse morgens, dann passt das schon. Und das habe ich, ich glaube, fast einen Monat durchgezogen, bis es mir dann fast alles entgleist ist. Ich kann aber auch nicht zu einem anderen Psychiater gehen, weil der, wo ich bin, ist im Umkreis von, ja, ich schätze mal 50 Kilometern, der einzige Psychiater, der überhaupt ADHS behandelt. Das heißt, ich bin auch an den gebunden. Und ja, ich bin jetzt wieder auf Medikinet zurück und komme damit hier auch einigermaßen klar. Das Milner Zipran habe ich auch, ich glaube, knapp einen Monat genommen. Allerdings waren die Nebenwirkungen wirklich heftig. Und das Schwitzen war ja nicht mal das Schlimmste. Die schlimmsten Probleme waren halt die unterhalb der Gürtellinie. Und das sind Schmerzen, da will ich nicht einfach warten, bis es besser wird, sondern irgendwann war auch einfach genug. Da habe ich gesagt, nee, ich kann das nicht mehr. Judith Regina Quarta Hatton hat gesagt, dass ich mir gar nichts abgewöhnen muss. Und das sehe ich ein wenig anders. Es sind schon Eigenschaften an mir, wo ich das Gefühl habe, dass die anderen nerven könnten, die ich aber auch nicht so gut sein lassen kann. Und ich finde, man muss sich auch so ein bisschen an die anderen annähern und nicht erwarten, dass man einfach so akzeptiert wird, wie man ist. Ja, einerseits finde ich es halt wichtig, dass die Persönlichkeit von anderen respektiert und akzeptiert wird. Andererseits kann man ja auch ein wenig an sich arbeiten, damit man in der großen Masse besser mitschwimmen kann und nicht einfach immer nur der Querulant ist. Weißt du, was ich meine? The Lordy hat gefragt, wie ich das sehe mit der Ei-und-Henne-Frage, was jetzt ADHS und Depression angeht. Und da ist mir direkt aufgefallen, du scheinst da eine Kleinigkeit durcheinander zu werfen. Depression ist kein Symptom von ADHS. Symptome sind ja eigentlich wirklich Einschränkungen, die direkt aus dem ADHS heraus resultieren. Zum Beispiel die Impulsivität oder dieses Gedankenwandern nicht konzentrieren können und so weiter. Allerdings ist das ja so, dass man mit seinen Eigenarten und so immer wieder aneckt und dementsprechend vielleicht gemobbt wird oder andere schlechte Erfahrungen macht, sich dadurch schlechter, minderwertiger fühlt und daraus entstehen dann wieder Depressionen in direkter Folge der Symptome. Also im Grunde kann man sagen, dass die Depressionen durch die Symptome von ADHS ausgelöst wurden und das sind dann sogenannte Komorbiditäten, also Begleiterscheinungen, die häufig bei ADHS nebenbei ausgebildet werden. Das heißt, dass man dann parallel zwei verschiedene Krankheiten hat, wobei die eine aber durch das andere bedingt wurde. Und ja, davon habe ich auch welche, zum Beispiel auch regelmäßig Depressionen. Der Psychologe nannte das, glaube ich, Dysthymie irgendwie. Das ist wohl eine etwas schwächere, aber dafür langfristigere Depression. Und zwischendrin habe ich halt dann immer wieder so mittelschwere Episoden. Ich konnte ja jetzt nicht jeden reinnehmen, vor allem, weil ich auch gerade nicht so viel Zeit habe und gleich wieder gucken muss, was meine Kinder machen. Aber ich möchte euch nochmal danken, auch für die vielen Kommentare, die Danke gesagt haben, die gesagt haben, dass ich helfe, dass die toll finden, sich in meinen Erzählungen wiederzufinden. Das finde ich richtig super. Und das gibt auch mir das Gefühl, nicht alleine zu sein. Und ich finde einfach super, super toll, wie ihr inzwischen in meinen Kommentaren mit mir redet. Na, vielleicht fünf Kommentare pro Video. Aber das ist schon mal mehr, als ich erwartet hätte. Auch die 100 Abonnenten. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals erreiche. Und vielen Dank für eure ganzen Kommentare, dass ihr mich abonniert habt, dass ihr mich schaut. Finde ich super. Danke. Cool fand ich auch, dass Fresh hoch gesagt hat, dass ich sehr reflektiert die ganzen Aspekte erzähle und so. Das liegt eher daran, dass ich schon seit meiner Kindheit beobachte. Ich beobachte andere, ich beobachte mich und so weiter. Und jetzt mit steigendem Wissen, auch was ADHS und so angeht, kann ich diese ganzen offiziellen Informationen mit meinen Beobachtungen zusammenführen. Und daraus ergibt sich halt das, was ich hier erzählen kann. Ja, ist einfach so gewachsen, würde ich sagen. Ja gut, ansonsten war es das für heute. Ich danke mal wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!